Herzlich Willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Trophäe treuer Fan freischalten könnt. Hierfür muss man den Fanclubs helfen, ihre Aktivitäten fortzusetzen. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in Kapitel 7 und nach dieser Cutscene könnt ihr euch dann frei bewegen. Das Video lasse ich jetzt erstmal so kommentarlos weiterlaufen. Gegen Ende des Videos werde ich mich aber wie gewohnt nochmal kurz dazuschalten. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich meine, wir... Aber jetzt, wir sehen uns. Sehr schnell, die Lovless-Studie-Gruppe wird der öffentliche Genesis-Fan-Club. Don't misunderstand. I'm not selling out for jewelry. The study group has proposed a merger with us. Thank you. I'll rec- My mom has gone miss- She left it, where did you- She left it. I'm so scared. Hey, you! Your kid was looking for you! If Angeo was here right now... Nothing but a monster. You're right. You've got a good son. Yes. Go home. I realized that from... So that's what that way... Jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch mit der Mutter reden und dadurch schalten wir dann die Trophäe frei. Und somit nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt habe ich jetzt die Playlist zu allen Final Fantasy Trophäen eingeblendet. In dem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! So... 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 So...